Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Vor einiger Zeit haben Bernhard Lauscher und ich uns kennengelernt und wir kamen schnell auf seine Webseite zu sprechen. Bernhard betreibt die Seite lumenman.de. Und was er da so treibt, das muss ich euch zeigen. Ich kann es kaum erklären, denn Bernhard ist Light Painter. Er malt mit Licht. Hier seht ihr einige seiner Bilder, unter anderem in München sind die entstanden. Und das Ganze funktioniert so, dass sich Bernhard als Fotograf von der Kamera weg bewegt, nach vorne geht und mit Licht, mit einer Lichtquelle meinetwegen mit einer Taschenlampe malt, während die Langzeitbelichtung der Kamera noch eingeschaltet ist. Wenn man nach Light Painting im Internet sucht, findet man noch ganz viele dieser ganz beeindruckenden Bilder. Light Painting gibt es schon relativ lange, schon seit 1800 noch was, da sind die ersten Light Painting Bilder entstanden. Aber mit der Digitalfotografie hat das Ganze natürlich so richtig Fahrt aufgenommen und jetzt schießen die Light Painter aus dem Boden. Grund genug, das Ganze mal rechtlich zu betrachten, da gab es eine Menge Fragen, die mir Bernhard von seiner Community zugeschickt hat und die ich gerne auf unserem Kanal auch mal beantworten möchte. Erste Frage war, wer hat eigentlich das Recht am Bild? Der Fotograf, der nur auf Anweisung auslöst oder der Light Painter vor der Kamera? Dazu muss man wissen, wie so ein Bild entsteht. Erst ist der Light Painter hinter der Kamera, schaut, was alles zu sehen sein wird auf dem Bild, begibt sich dann vor die Kamera und fängt dann an mit Licht zu malen. Also das eigentliche Gemälde funktioniert über den Light Painter. Aber es muss natürlich noch jemanden geben, der hinten die Kamera bedient und jetzt die Frage von Bernhard, hat er denn auch Rechte? Naja, jetzt muss man mal schauen, um welche Rechte geht es hier. Oftmals geht es beim Light Painting auch darum, dass Menschen noch auf den Bildern zu sehen sind. Die haben natürlich das Recht am eigenen Bild, das Persönlichkeitsrecht. Ist also derjenige, der das Bild malt, selber drauf zu sehen, hätte er, was die Persönlichkeitsrechte betrifft, auch die alleinigen Persönlichkeitsrechte erst einmal daran. Allerdings, was dann noch viel, viel wichtiger für Light Painter ist, sind die Urheberrechte. Nun, und im Rahmen der Urheberrechte gibt es auch die Miturheberschaft. Und jetzt stellt sich die Frage, hat vielleicht der Mann hinter der Kamera, der eigentlich nicht viel mehr macht, als das Knöpfchen zu drücken oder den Hut wegzunehmen, wenn es jetzt um eine Langzeitbelichtung geht, hat der auch Urheberrechte? Jetzt kommt es beim Urheberrecht immer darauf an, ob man eine eigene Kreativität an den Tag legen kann. Und das ist oftmals bei dem Mann hinter der Kamera nicht der Fall. Er nimmt nur das Hütchen weg auf Anweisung, vereinfacht gesagt. Und insofern hat er möglicherweise keine eigenen Urheberrechte. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn neben den Urheberrechten im engeren Sinne gibt es auch noch die sogenannten Leistungsschutzrechte. Die sind für all diejenigen, die bei so einer Gesamtproduktion mit dabei waren, bei einem Videofilm ist es der Kameramann und bei so einer Light Painting Produktion derjenige, der den Fotoapparat bedient hat. Ja, ihr hört richtig, alleine das Bedienen führt schon dazu, dass Rechte entstehen. Und insofern hat derjenige, der hinter der Kamera stand, auch nochmal eigene Rechte an den Bildern. Dann fragt Bernhard oder seine Community, bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ich selbst via Funkauslöser auslöse? Ja, das würde ich schon so sagen. Wenn gar kein Mensch hinter der Kamera steht, keiner das Knöpfchen drückt, bist du natürlich auf der sicheren Seite. Und dann hast du da keine Probleme, dass irgendwelche Rechte noch bei anderen liegen. Wie kann ich die Situation vertraglich vorab klären? Also, natürlich kann man einen späteren Rechtsstreit dadurch vermeiden, indem man sagt, dass man sich alle Rechte von den Menschen hinter der Kamera exklusiv abtreten lässt. Man kann nicht die Namensnennung ihm abverlangen. Das heißt, der Name des Menschen hinter der Kamera muss im Zweifel dann auch mit aufs Bild geschrieben werden, wenn das Usus in der Branche ist. Das ist nämlich das Urheberpersönlichkeitsrecht, was verbietet, dass der Urheber auf sein Recht auf Namensnennung verzichtet. Nächste Frage war, was passiert, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten vor der Kamera? Wer hat welche Rechte? Da muss man auch wieder unterscheiden, wenn die mehrere Leute vor der Kamera zu sehen sind, hat jeder eigene Rechte, eigene Persönlichkeitsrechte. Und ansonsten entstehen Urheberrechte, die gemessen werden am Umfang ihrer schöpferischen Mitwirkung. Wer hat also wie viel für das Gesamtkunstwerk nachher getan? Da schließe ich die nächste Frage an. Gibt es überhaupt ein gemeinsames Urheberrecht? Ja, genau das ist dieses Miturheberrecht. Und im Zweifel, wenn nichts anderes geregelt ist, sind alle Miturheber gleich an dem Werk beteiligt. Also das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wenn einer Regie führt und man dann dort sagt, von ihm geht die ganze Schöpfungskraft aus, kann es zwar sein, dass er nachher mehr Anteile bekommt, aber das ist sehr schwer nachzuweisen, dass er der Haupturheber ist, der dann 80% am Bild hat. Hier sollte man in jedem Fall immer eine Regelung treffen. Was ist, wenn sich die Gruppe auflöst? Auch das ist vielleicht ganz interessant. Nach § 8 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz entsteht bei der Miturheberschaft eine sogenannte Gesamthandsgemeinschaft. Das heißt, alle Leute in der Gruppe können das Werk nur gemeinsam verwerten. Nicht einer kann jetzt sagen, was damit gemacht werden soll, sondern es ist die vorherige Mitwirkung aller Urheber erforderlich, wenn hiermit was gemacht werden soll. Man kann zwar diese Mitwirkung nicht wieder Treu und Glauben verweigern, aber man sieht, wie kompliziert das ist, wenn mehrere mitgewirkt haben. Es ist auch nicht so bei der Auflösung, dass jeder dann das Werk für sich selbst weiterverwerten kann. Das wäre ja noch etwas, was man sich vorstellen könnte. Nein, es bleibt bei dieser Gesamthandsgemeinschaft. Wie kann man das vertraglich sauber regeln? Kann man zum Beispiel das Urheberrecht für alle vergeben? Ja klar, man kann also ganz viele Regelungen treffen. Man kann die Regelungen treffen, dass in dem Moment, wo sich die Gruppe auflöst, jeder das Bild für sich verwerten kann. Man kann sagen, wir sind damit einverstanden, dass jeder das Bild verkaufen kann. Man kann auch sagen, dass nur einer die Rechte am Bild haben soll. Das ist im Arbeitsverhältnis natürlich häufig der Fall. Einer hat Geld dafür bekommen, dass er meinetwegen die Kamera bedient. Und dann gibt er alle seine exklusiven Rechte ab. Was ist mit dem Recht am Bild in Publikumsaktionen? Also wenn das Publikum mitwirkt, dann muss man zunächst mal mit den Beteiligten sprechen. Da ist es so, dass dann der Fotograf Regie macht, aber die Beteiligten malen dann vielleicht mit ihren Handys. Und dann kommt ein tolles Bild raus. Aber natürlich haben dann auch diese Personen, die da mitgemacht haben, genauso das Recht am Bild, weil sie Miturheber sind, sofern sie eine eigene schöpferische Leistung gebracht haben. Wer also nur wild mit seiner Handytaschenlampe rumfuchtelt, hat keine eigene schöpferische Leistung. Klar, der ist auch kein Miturheber. Aber natürlich wird der eine oder andere was Tolles gemalt haben. Ein schön gestaltetes Herz, das irgendwie prägend fürs Bild ist, führt schon zu einer Miturheberschaft der einzelnen Personen. Dann kann man vielleicht noch gucken, ob man vorher angesagt hat, dass die Rechte nur bei dem Fotografen liegen sollen. Dann wäre das Publikum damit einverstanden, aber ist schon schwierig. Also optimalerweise hätte man da dann auch einen Vertrag. Kann oder muss sich der Fotograf absichern mit einer Ansage an einem schriftlichen Aussagen? Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Optimalerweise schriftlich. Ich habe jetzt selten erlebt, dass da das einzige Publikumsmitglied dann geklagt hätte. Aber solche Aktionen sind natürlich auch selten. Normalerweise jeder, der mitwirkt und zu einem Werk einen Anteil beiträgt, ist auch miturheber. Wenn euch das Publikum unterschreibt, dass das in Ordnung ist, dann geht es natürlich schon. Dann habt ihr alle Rechte. Wie sieht es beim Workshop aus? Sind die Bilder aus einem Workshop rechtlich zu sehen? Oft performt hier der Workshopleiter ein Light Painting und alle fotografieren mit. Kann der Workshopleiter sich die Urheberrechte vorab sichern? Oder wäre es eine Einschränkung der Nutzungsrechte? Also da gilt das Gleiche. Ich würde mit allen Workshop-Teilnehmern hier einen Vertrag machen, dass die wirtschaftliche Verwertung beim Workshopleiter nachher liegt. Muss man dann schauen, ob noch so viele am Workshop teilnehmen. Dann gilt das Ganze international? Ja, das gilt zumindest in der EU schon international, weil wir EU-weit ein recht vereinheitlichtes Urheberrecht haben, allerdings mit einem Auslegungsspielraum für die einzelnen Nationalstaaten. Es kann also sein, dass in Frankreich oder Spanien das in Nuancen anders aussieht, aber im Groben läuft das in der EU so ab, wie ich das gerade geschildert habe. Man müsste ansonsten immer gucken, wie das Land ist, für das jetzt hier die Rechte begehrt werden. In den USA läuft es teilweise anders ab. Die haben andere Regularien, da muss man sich dann konkret mit auseinandersetzen, weil in den USA Corporate beansprucht wird. Ja, dann die Frage, gibt es einen Standardvertrag als Vorlage, der diese Art der künstlerischen Zusammenarbeit gut regelt? Nein, den gibt es bislang noch nicht, lieber Bernhard. Aber wir haben ihn gemacht, diesen Standardvertrag für dich. Zumindest als Grundkonstrukt, wo man sich absichern kann. Der ist dann anpassbar für Workshops, für alle möglichen Zwecke, indem der Light Painter sich die Rechte sichern will. Wir haben mal einen Vertrag gemacht, wo der Light Painter sagt, okay, ich weiß, wie es geht, ich mache das Bild, aber bitteschön, ihr, die hier mitmachen, die aus Spaß mitmachen, gebt mir bitte auch die Rechte am Bild, was danach entstanden ist. Diesen Vertrag kann man sich unter unserem YouTube-Video runterladen, auf dem Kanal wbs-law.tv findet man das YouTube-Video, wenn man bei YouTube Light Painting WBS eingibt und dann gibt es auch diesen Standardvertrag. Das war ein Thema, das uns sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, denn es war wirklich neu und wir mussten uns da schon ein bisschen reinfrickeln in die Thematik des Light Paintings. Dir vielen Dank für die tollen Fragen. Wer lumenman.de noch nicht kennt, der sollte jetzt mal auf der Webseite von Bernhard Rauscher vorbeigucken. Wirklich sehr, sehr sehenswert, was da für Bilder entstanden sind. Und wer wbslaw.de noch nicht kennt, sollte auf unserer Kanzlei-Webseite vorbeischauen. Morgen gibt es hier bei uns auf dem YouTube-Kanal schon das nächste Video. Insofern danke für jedes Abo unseres Kanals. Bis morgen, tschüss und bis dahin.